Hallo zusammen Willkommen zu einer neuen Folge LIFE IS FOLL DALL So wir wollten was anpflanzen Hier unten Hier siehts gut aus Jetzt schnapp ich mir mal hier den Pflug So Fahren wir hier mal durch Mal gucken Yes Und rückwärts So 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 Mühsam das ganze Mit dem drehen und mit dem wenden So Das was hier ist das ist schon Flax das ist aber noch nicht erntereif Das ist noch im grünen Stadion 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 Und wieder zurück So 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 Ich kanns hier mal rechts klicken damit ich sehe Ähm Das Dass ich in der Mitte vom Feld pflüge Also von dem viereckigen Kästchen Wenn ich das Kästchen richtig erwische zum pflügen So 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 Ich glaube ich reicht erstmal Ich fahr mal nebendran noch ne Spur zurück So Gehts hier gar nicht oder was Gehts hier gar nicht oder was Wahrscheinlich nicht Hier gehts So Jetzt stelle ich mal hier in den Flug Ich muss jetzt gerade überlegen Hat der Schwarzrabi nicht irgendwas mit Hunder der Erde gesagt? Nicht dass ich hier was kaputt mache Ähm Könnte sein Hm Irgendwas war da mit Hunder der Erde War das hier? Weiß jetzt nicht soll ich jetzt anbauen oder nicht? Puh Keine Ahnung Ich mach jetzt einfach mal Weiß es nicht Würde mich schon nicht schimpfen Flaxe Blablabla Blablabla Ist dein Kräutergarten schon fertig? Noch lange nicht Seid ihr zu zweit Müsst ihr eigentlich noch Reihe planieren Die ich erstmal mit einer Mauer Abgestützt habe Gegen absenken Bin gerade eher mit anderen Dingen beschäftigt Was baust du da für einen Garten? Und ich gehöre zum Clan der Sturmrufer Meine drei Jungen sind gerade alle was anderes am zocken Meine drei Jungen sind gerade alle was anderes am zocken Ich arme Swipe bin gerade alleine hier Aha Swannertraumstein 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 Frau an die Arbeit Ich gehöre zum Clan Dragonblood Ich gehöre zum Clan Dragonblood Ich glaube ich könnte mir so einen Rundgang machen Die mal besuchen oder so Naja wenns fertig ist Guldan dann ist das ein Kräutergarten Also Meere in einen schönen Garten So das Anpflanzen Das dauert hier Da muss man jedes Feld einzeln hier Besamen Oha Blatt macht Sinn Guldan eben Joht Garde Ich hab nichts gegen Guldan Geister Hexenmeister Auw ich liebe die Musik von Bladen Soul To believe Kurz auf K, es gab nicht nur ihn, er kommt ja demnächst nach Heroes als Held von Waslawandy. Ich hab keine Ahnung. Reichen uns da die Samen? Schaut so aus. Ja, könnte knapp ausgehen. Nur zwei rein, na es reicht. Ich denke es reicht. Schätzungsweise. Wollen wir gar nicht so falsch klingen mit den 50 Stück. Du 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 du. Wir sind jetzt hier. Jetzt müssen wir mal kurz aufs Wetter schauen Ja, Wetter passt zum Armpflanzen Alles richtig gemacht Alles richtig gemacht Ich bin auch gebeten worden in den Kommentaren, dass ich mir ein Schwert zulege Ein gescheites, nicht das stumpfe Holzschwert, mein Übungsschwert So, jetzt sind wir gleich durch Alles Samen haben wir noch So Mit Rex bin alleine Was Check ich nicht So, jetzt bleiben uns noch Drei Samen übrig Ne, hier geht noch was Die bringen wir noch unter irgendwo Die drei Samen Hier zum Beispiel Und hier oben Jawohl, das ist der letzte So, dann habt ihr das auch gesehen Wie man hier ein bisschen Landwirtschaft betreibt Ähm Das muss ich mal schauen Jetzt schau ich mal da in den Berg rein Wegen dem Schwert In den Berg In die Festung So Gehen wir mal rein Sehen wir so nervig, dass das hier so übergeblendet ist Das ist das Menü Kann man das Ah, das kann man verschieben Das könnte ich jetzt eigentlich, weil das nervt mich immer so Hier irgendwie Ich glaube ich mach das mal hier runter Ist das besser Bisschen besser Was, als Samenpunkt setzen Öffnen, schließen So Wie war jetzt das Öffnen Nichts drin Gar nichts drin In den Waffenständern Und in den Rüstungsständern Nein Schaut schlecht aus Nein Schon ewig kein Hot S mehr gespielt Was ist denn das für ein Spiel Ken ich gar nicht Heroes of the Storm vielleicht Könnte die Abkürzung heißen Weiß es nicht So So Mal umschauen Ob die nur anderweitig Irgendeine Waffenkammer haben Oder so Schauen wir mal Was in dem Lagerhaus da unten ist Vielleicht bloß Essenssachen Ja, ja Und gleich hängen bleiben Muss mal absetzen zum reinschauen Öffnen Okay Hier sind bloß Essenssachen Knochen Was haben wir hier in den Kisten Dünge 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 und Vieh denn Dünge Alles vor der Dünge hier Das sind die scheiße Kisten Okay Schauen wir mal Was gibt es denn hier Öffnen Ah jo Hier sind Tiere drin Okay So sind die nicht im Stall Weil man sich drum kümmern muss Schauen wir mal innen rein Ob es hier was gibt Ah jo Schränke Federn 2000 Federn Wahnsinn Irgendein Setzling Stroh 1000 Äpfel Eier Ist das noch eine Kiste Nö, die gehört zum Lagerhaus Dünge Dünge Okay Dann schauen wir mal da oben Da oben was finden Ich weiß wie hochkommen sollten Ja Glaub ich sind noch Lagerhäuser Ja Da ist ein Hirsch Öffnen Ui Alles voller Fälle Was ist denn das für ein Fell Wildschweinenfälle Okay Leichtes Lieder Dickes Lieder Okay Öffnen Das ist hier Flax und Stoffsachen Okay Und Wolle Waren wir hier eigentlich schon drin? Ich glaube nicht Aber hier ist auch nichts drin Wie man das sieht Hm Nirgends ein Schwert Was wird hier gebaut? Großes verziertes Bett Aha Bausteine für Betten Ja Gibt es wohl kein Schwert für mich Momentan Wo ist denn hier eigentlich Eine Schmiede? Ist das hier eine Küche Da unten? Ah ja Da hinten Ah Das ist auch noch ein Lagerhaus Ah Schauen wir uns das einmal an Nehmen wir die schöne Steintreppe Dün 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 Hier haben wir die Smide Was haben wir denn hier schönst drin? Kohle Was sonst? Ähm Steine Nägel Was ist das? Ui Amulette Juwelenbesetzte Goldkette Okay Was ist das? Gold Goldmünzen Tatsächlich Glück 4,8 Vergoldetes Silberamulett Sehr Wahnsinn Was ist das? Diamant Okay Rubin Cool Flux Flussmittel Zur Stahlherstellung Also hier mangelt es Hier gibt es kein Mangel von irgendwas Gehört es zum Lagerhaus hier Entscheinend Schrank Werkzeuge Schauen wir mal hier ins Lagerhaus Was hier drin ist Wow Golderz Glas Kleine Bretter Bärenfalle Was ist das da? Stahlbauen Okay Stahlplatte Das da Silberklumpen Mechanische Komponenten Das ist Silber wahrscheinlich Okay Und innen drin Ui Laternen Mittlere Kriegsgeräte Okay Ähm Ich bin Blizzard Diana Hab nur Hots Es ist Es ist ne Hot Und Wiewi Diablo 2 3 Hot Es ist Hot Ich komm jetzt nicht drauf Was es sein sollt Bärenkopf Jawohl Großer Bärenkopf Eine Angel Keine Waffen Keine Waffen Gibt's hier Heute ist ja auch noch ein Schrank So alles bloß Werkzeuge Keine Waffen Naja Ist ja immerhin ein Kloster Hm Jo Ähm Bin ich so auf die Uhr scheiße Wir haben Ende einer Folge Macht's gut Schalt's wieder ein Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao